Bei den St. Pauli-Landons Brücke Nummer 3 Da findst du Hamburgs allerschönste Brauerei Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier braucht Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier braucht Kurze Frage und dann schnell mal nachgedacht Was hab ich gesagt? Welche Adresse in Hamburg den meisten Eindruck macht? Das ist die Elb-Chassee, aber 100 Klu Die richtige Antwort muss lauten, aber so Bei den St. Pauli-Landons Brücke Nummer 3 Da findst du Hamburgs allerschönste Brauerei Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier braucht Der Pirelturm, der zeigt den Stand der Tide an Der Pirelturm, der zeigt den Stand der Tide an Auch man sich verlassen kann In unseren Gläsern, da herrscht Ebbe die meiste Zeit Was'n Wunder, dass unser Bebel steigt Bei den St. Pauli-Landons Brücke Nummer 3 Da findst du Hamburgs allerschönste Brauerei Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier braucht Ein Freund der Gastlichkeit, der hatte die Idee Ein Hamburger Brauhaus im Hafen, wir ziehen Resümee Unser Durst macht dieses Haus bald bekannt Rundsdose alle an, hier an der Hafenkant Bei den St. Pauli-Landons Brücke Nummer 3 Da findst du Hamburgs allerschönste Brauerei Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier braucht Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier braucht Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen Untertitelung. BR 2018